Jo Leute, willkommen zu Ihnen in der Folge von Minecraft Beta und wir sind Wärmebeck am Start und es ist sogar hell oder auch nicht. Jo, wir müssen jetzt mal schlafen. Ich habe 6 Arten und ich gehe mal in den Ofen einfach mal rein. Schlafen wir noch nicht. Ich brauche nur eine Spitzsacke. Dann passen wir uns die malen. Schön für Eisen haben wir jetzt auch wieder. Ja, wenn sowieso, wie es auch gewesen war. Na, nur Sposht. Komm, jetzt wir aufgehen. Jo. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen. Es kann sein, dass jemand zwar nicht versteht. Ich glaube, bislang geht das eigentlich, oder? Weil... Ich hätte jetzt noch eine Weisheit von OP gehabt. Die muss noch alles gezogen. Und ja, ein bisschen Betäubung, muss alles drin und so. Und das ist Betäubung, keine Ahnung. Tut halt ein bisschen... Ja, drückt halt so ein bisschen halt, ne? Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Deswegen weiß ich nicht, wie gut ich reden kann. Und ich halt könnte nicht das Gefühl, dass ich drauf hab und so und dann. Aber ich denke... Bislang geht das noch. Wenn ihr vielleicht auch was nicht versteht, dann... Äh... Schaut mal die Zeitankörder zu den Kultaren und... Und... So, man antwortet das mal ja nochmal, den Satz. Und ich denke, das geht mir alles ganz klar. Das ist mal so ein bisschen schwieriger, wobei es gestern auch ganz gut ging. Muss ich sagen. Sagt meine Freundin und meine Mutter. Dass ich euch wohl reden kann, so nach der OP direkt. Ne. Aber ich ziehe mich auf jeden Fall schon. Ich denke, heute... Ist das auch relativ gut. Oder? Boah. Ich denke... Passt. So, ich mach mal zu. Ich bin hier drei, dann sind Tarsenland. Ich nehm die auch ein bisschen mit hier, ne? Und hier zweite Spitzhacke. Das passt. Ich weiß wohl noch ein bisschen Eisen, aber warum nicht? Weil ich will nur Schwert. Das wäre eine gute Idee. Okay, dann gehen wir runter. Unsere Mine. Und... Ich fange mich noch rechtzeitig auf. So, wir waren auf der Höhe. Höhe zwölf. Dann müssen wir noch ein bisschen runter auf jeden Fall. Da ist schon ein Redstone. Komm weg. Das dauert eh. Das dauert eh. Das dauert echt ne Zeit. Ziemlich fest. Ich hole Lava. Boah. So, zack, zack, zack. Dann kommt es jetzt was dazu hier. Der nicht. Jo. Huch. Oder hier drei Stufen hoch. Der Treppe hoch. Deren Raum jetzt. Ich mache hier. So muss man eine schöne Höhle. Wenn meine Fingern haben gehört. Fass uns mal wie weit das weg ist. da ist cool das gefreut mich schon jahre als die haben wir noch cool aber krieg alles aber im leben das wird so nicht abkorn hier nach oben wir haben noch nicht so viel mit rothorn machen aber ich habe trotzdem mit schaden tut schon mal nicht mir sieht cool raus ein bisschen wichtiger vor allem halt irgendwie nicht so richtig zu machen oder mal nicht zu machen obwohl es auch noch ein bisschen weiter hier noch ist ja kein ding nicht so schlecht alles klar was mir ja gar nicht verdammt egal auch für mir redstone ich gebe es denn doch vor dem scheiß ich nehme jetzt hier an jetzt nicht jedes redstone er hat jetzt hier mit so was auf dem Boden jetzt hier ist ich spucke jetzt mal drauf das ist ein deutsch für euch ich hoffe dass wir was finden oder uuuh leute die ronte geil schön die ronte Ja gut, die Hose, aber dann drei Stück, ein bisschen wenig, oder? Ja, ein bisschen mehr noch wieder, sehr gut. Alles ready hier? Ja, ne? Jo. Dann kommt sie heraus, verbissen. Schüssige Dinge hier. Ja, und nochmal sechs Stück. Jetzt sind schon mal zwei D-Match-Matshaken. Oh, schwer, dieses Scherz-Matshaken. Da kann man ja nicht so viel machen halt, ne? Das ist das Problem. Kohle. Warum nicht? Ach ja, Brutza, ohnehin. Oh Gott, das ist noch zu anderen Ader. Weiß ich nicht. So, zu der. Sieht's komisch aus, ne? Na, gucken wir mal so in der Form jemanden finden würde. Hm. Ich geb es encant. Jetzt kommt ein Mail, ne? Oh, noch mehr für den Zeug, geil. Ich habe auch noch die nach der OP von gestern, da? So, die Luftsträhne jetzt hier, geil, wenig Mensch, das können nicht alle gewesen sein, na eben, okay, es sieht nur ein bisschen männer, normal aus, ich kann jetzt zehn vier Stück, na genau, sehr gut. Zehn jemanden, das ist nicht schlecht. Da ist eine Höhle. Oder rein. Ja. Guck dir hoch, da die sterben jetzt oder so, ne? Ich kann mich setzen, das Problem gerade. Muss mal anders rankommen. Jo, alles dicht. Oh hey, Creeper. Skelette. Beide doch. Tod. Ist ein Pfeil. Nein. Jetzt soll es erkennen, oder? Noch nicht. Überall noch Lava. Machen wir mal sowas. Easy. Wie dachte ich, schöner Checker. Ach, Mann. Doch nicht. Was hat die Zeit? Ähm, hey, wir sind durch mit der Folge, würde ich mal sagen. Ich sage Ihnen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, euch jetzt gefallen. Dann lasst ein Puls, die Erwendung da. Aber wir vergessen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.